Was ist das Beate Rawls? Olympia ist ja ein großer Mund im Moment in Berlin, aber das hat jetzt nichts mit Olympia zu tun. Sondern wir sind hier auf der IFA an dem Stand von Olympia. Warum? Und zwar, weil ein Freund mich gebeten hat, mal zu gucken. Er hat sich ein Haus gebaut und hat gesagt, wie kriege ich denn das jetzt sicher? Und da wir uns aus dem letzten Jahr kennen, haben wir gesagt, telefoniere ich doch mal mit ihr. Sie hat mir da mal was erzählt. Beate, habt ihr sowas auch bei Olympia? Ja, ganz toll sogar. Wir haben verschiedene Versionen. Wir haben einmal eine Alarmanlage, die über das Festnetz angeschlossen wird. Und dann haben wir auch zum Beispiel, wenn man ein Ferienhaus hat oder seinen Caravan absichern möchte, bieten wir auch eine GSM-Version an. Das heißt, da wird dann eine SIM-Karte wie beim Handy eingelegt. Dann kann man über diese Anlage bis zu zehn Telefonnummern einspeichern. Im Fall, dass der Alarm ausgelöst wird, egal über welchen Sensor, zum Beispiel, dann wird die erste Nummer angerufen. Dann muss man über einen Code, der vorgegeben ist, bestätigen, dass man den Anruf angenommen hat. Wird der Anruf nicht angenommen, wird automatisch dann die nächste Nummer angerufen. Und dann kann man entscheiden, man kann über die Anlage auch in den Raum sprechen. Oder wenn man dann demnächst die Kamera angeschlossen hat, kann man auch sehen, was passiert. Und dann kann man entscheiden, ob man was tun muss. Oder ob man schnell genug selber da ist, ob man den Nachbarn anrufen muss oder wie es dann am besten ist. Man zieht das jetzt nochmal so ein bisschen nach. Das heißt, ich bin jetzt hier bei dir auf der Messe. Ja. Zu Hause habe ich solch eine Kamera installiert und jetzt versucht mir jemand mal die Scheibe einzuschlagen oder bei mir einzubringen. Wir haben ja ganz viele verschiedene Saisoren. Das kann man je nach Bedarf bis zu 32 Sensoren anschließen an die Anlage. Zum Beispiel Fenster-Türkontakte, Glasbruchmelder. Also wenn dann einer vor die Scheibe donnert, wird der Alarm ausgelöst. Wasserstandsmelder gibt es. Was bei unserer Anlage auch eine ganz tolle Sache ist, finde ich, wir haben extra einen Notruf für ältere Leute zum Beispiel. Wenn jetzt die alte Omi alleine zu Hause ist und der geht es nicht gut, dann braucht die nur auf den Knopf drücken und dann wird genau wie sonst auch der Alarm ausgelöst. Und du kriegst einen Anruf und die kann sagen, mir geht es nicht gut, ihr müsst mir schnell helfen oder wie auch immer dann. Also ich kann das ganze System im ganzen Haus einbauen. Und dann habe ich hier aber auch nochmal eine Fernbedienung. Ja, die ist... Ist die jetzt fürs Auto? Nee, die Fernbedienung ist auch für die Alarmanlage. Wenn ich rausgehe, kann ich sie damit anstellen und wenn ich reingehe in die Wohnung, dann natürlich rechtzeitig auch ausstellen, damit ich nicht selber den Alarm auslöse. Ah ja. Na? Das heißt... Da gibt es zwei verschiedene, funktionieren beide vom Prinzip her gleich. Nur der eine findet die schöner, der andere findet die schöner. Das ist alles. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal so, im Büro bin, kann ich denn mein Haus aufschalten, dass ich es den ganzen Tag irgendwo auf so einem kleinen Monitor sehe? Das kann man bei dieser Version noch nicht, aber da arbeiten wir schon an der nächsten Generation. Da kann man das dann... Die wird dann App gesteuert, dann kann man den ganzen Tag das übers Handy gucken. Also ich kann immer gucken von morgens, ob meine Frau und Hausfreund empfängt oder nicht empfängt oder wie auch immer. Das kann ich dann alles gut tun. Ja, da würde ich mich aber vorher rechtlich absichern, ob das Konsequenzen haben kann. Ja, das möchte ich. Das werde ich das tun. Big Brother is watching you. Genau. Aber ich kann jedes Teil einzeln kaufen. Aber was würdest du jetzt empfehlen oder was könnte ich meinem Freund empfehlen, wenn ich sage, so, ich habe jetzt was für dich, das und das bräuchst du alles? Das ist... Wir bieten verschiedene Starter-Sets an. Einmal so ein ganz kleines. Da sind nur zwei Fenstersensoren, Fenster- oder Türsensoren dran mit einer Fernbedienung. Das reicht zum Beispiel so für mich. Ich habe eine Wohnung in der dritten Etage. Da ist es unmöglich, über die Fenster reinzukommen. Ich brauche nur meine Wohnungstür absichern. Ich habe die zu Hause. Das reicht. Wenn ich jetzt ein Haus habe, natürlich mit mehreren Fenstern... Hattest du letztes Jahr noch, hast du mir gesagt. Na, hast du dir gut gemerkt. Genau. Und dann kaufe ich mir natürlich gleich das größere Set. Dann gibt es eins, demnächst will er auch mit Rauchmelder, eins mit Bewegungssensor. Und je nachdem, wie viele Fenster und Türen ich habe, kaufe ich mir dann die entsprechenden Fenstersensoren nach. Die gibt es einzeln, die gibt es im Dreier-Set. Wenn ich jetzt... Ich habe zwei, glaube ich, ich brauche zwei Fernbedienungen. Eine für mich, eine für meinen Sohn. Je nachdem, wie viele Personen im Haushalt leben. Entschuldigung. Oder ob ich die Fenster absichern will. Je nachdem. Das kommt immer auf die Gegebenheiten an und auf die Größe des Hauses. Die Fenstersicherung brauche ich nur ankleben und dann ist es damit erledigt. Da gibt es keinen Dreck. Da muss man nicht bohren. Die kann man ankleben. Und mein Chef hat es gestern so schön gesagt, die Anlage ist so idiotensicher, das kann sogar ich. Das sehen Sie. Und viel mehr gibt es da auch gar nicht mehr. Naja, aber dieses Thema müssen wir uns dann nochmal ein bisschen unterhalten mit deinem Chef. Aber das sind die beiden Systeme, die ihr vorstellt. Und jetzt gehen wir ganz kurz nochmal hoch. Das heißt, wenn ich das hier oben haben möchte, die 60-60. Quanta Costa? Ähm, 149 Euro. Das ist ja fast das ganze Haus schon abgesichert. Ja. Ich habe gedacht, das ist immer sehr viel teurer. Nee, das war ja die Idee, eine Alarmanlage anzubieten, die sich jeder leisten kann und die auch jeder leicht installieren kann. Ich muss keinen teuren Vertrag abschließen. Ich kann es selber anbringen. Und das war die Idee. Und wir sind da ganz ehrlich auch recht erfolgreich mit. Das klingt ganz gut an. Wenn jetzt einer an meiner Tür rüttelt, macht es dann auch. Wenn der Alarm so weit aus, wenn der Sensor so weit ausgelöst wird, ja, dann geht der Alarm. Wenn einer versucht, da reinzukommen und dann geht es los. Aber ich sage mal so, Olympia hat ja nicht nur Sicherheitssysteme. Was habt ihr denn noch? Oder rüstet ihr ganz Olympia aus? Also alles können wir heute nicht machen. Wir kommen ja ursprünglich aus dem Bereich Büro. Hier auf der IFA präsentieren wir unsere Alarmanlage und unsere sensationellen Seniorenhandys.